Hallo und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zum nächsten Part von Resident Evil Code Veronica X. Ja, nachdem wir die Krackalake, wie sie ihn bezeichnet hat, erledigt haben, haben wir natürlich einen Flugzeugabsturz mit allen Dürfen, dank Alfred. Stellt alles auf Autopilot und die Landung ist natürlich ohne Worte. Das sind doch so Handzeichen von Steve. Oh, äh, das Flugzeug ist verbrannt. Also, lasst uns hier einen anderen Weg finden, diesen übernommenen Friezer. Genau. Okay, lasst uns das! Ist doch echt übel. So, was haben wir denn hier eigentlich? Oh, was? Eine Leiter, sie klettert runter, wunderbar. Ja, und da vertreten wir schon mal die erste durchgängige Tür. Ah, da unten sind welche, okay. Das ist doch mal interessant. Abgeschlossen. So, was wir machen können. So, gehen wir an eine andere Tür. Ah, da kommen wir weiter. Das ist doch mal was. Mal schauen, was uns da erwartet. Okay, wie bist du da? Hey, Pistolenmagazin. Auf zu rütteln ey. Noch mehr. Das ist... Hervorragend. Noch irgendwas? Nein, diesmal nicht. Wir haben schon genug davon. Okay. Können wir hier irgendwas anmachen? Bestimmt nicht. Hm, ist da wieder Typ. Kaffee und ein Zombie dann. Und noch ne Tasche. Aha, noch ne Tasche. Kann man noch mehr tragen? Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern. So, was ist das? So, darüber kommen wir nicht, weil springen kann man in diesen Teil nicht. Wann kann man eigentlich, also in welchem Teil kann man eigentlich springen? Echt gute Frage, war das jetzt Teil 4? Ja. Hallo. Hallo. Da blinkt etwas. An die Karte komme ich noch nicht? Okay. Also gehen wir mal... ...hier hin. Aber dadurch werden sie ja noch nicht wach. Hey, cool. Ach, da liegt Ores. So. Wir wandeln die mal hier um. Damit wir hier wieder um 1 Platz haben. War klar. Das war klar. Ja. Wir gehen mal auf hier. Wir sind ja ab. Wir sind ja noch nicht. Wir sind ja jetzt da. Das ist ja auch klar. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. cool wird immer besser hier so alle tot jetzt kommen wir an die karte endlich irgendwas hier war hier noch was betten ja wahrscheinlich haben sie geschlafen ist so klar sie guckt immer noch hier irgendwo hin als wäre hier noch irgendwas ah ja nee das brauchen wir nicht ok wir können raus und können wir die treppe da runter die da draußen ist mal wieder 20 pfeile das ist sehr gut alle feuerpfeile und magazin ist voll ja wir gehen mal hier ganz langsam entlang es ist ganz schön dunkel hier drin hier klimpert es hallo hier ist was feiler feiler Tür ist verschlossen ein kleines Schlüsselloch wunderbar schön irgendwie war das doch hier ja wenn du ihn hättest was du nicht hast ach man ok dann werden wir uns mal hier etwas Heilung einpacken oh haben wir ja schon viel verbraucht was geht nicht weiter ist leer so dann werden wir auch mal hier äh da 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 genau und das werden wir auch nochmal hier machen weil ich glaube nicht dass wir äh wie kommen wir da noch nicht hin das heißt wir müssen ja ja erst mal wieder hier raus mal schauen wo es nach rechts geht oh oh so tot ja ich war es immer noch dahin vermute ich hat ihn ein Monster getötet ach nie wie kann man hier unten ein Topf mit blauen Kräutern ich brauche sie jetzt nicht ist mir klar dass du sie jetzt nicht brauchst vor allem blaue Kräut wofür kann man es gebrauchen nicht wahr so du bleib mal liegen danke wo jetzt hier hinten irgendwo raufklettern geht auch nicht oah toll dazu fällt mir grad ein lustiger Witz ein ein Zombie der nach Gehirn raus ist läuft und hier vorbei da bleibt er nicht liegen so was haben wir denn hier keinen Strom denkmal ohne Strom da war klar so was haben wir denn jetzt hier hinten da haben wir da eine Tür haben wir hier ohne was haben wir hier ohne was da auch ne da oben leuchtet irgendwas was das wohl ist Weapon Waffen A-haha Jo sag doch das soll's liegen bleiben Kumpel hey wir haben hier jetzt Wattn Minen Raumschlüssel ne, ok stehst du auch noch mal auf? pf wow, nein! wusste ich das da schon leer ist ah, Magazin ist leer, wunderbar bleib zu liegen jo, bleib da eh? da mal hier abgeschlossen hier ist eine Sprengstafel ohne Zünder da mal Luft genommen Sprengkapsel mal probieren cool hier ist wärmeempfindlicher Sprengstoff ja, und da war kein Feuerzeug am aha ich wusste doch hier war irgendwo was ja, cool ne okay nicht so interessantes aha so nimmt man das heutzutage okay was haben wir hier eigentlich nichts okay dann werden wir mal weiter durchfuchsen was haben wir hier B.O.B. B.O.B. biologische organische Waffen wow was war das? was war das? was war das? ich glaub wir müssen da lang, oder? wir waren das da waren wir okay da gehts auch noch rein uh tief durchatmen wir gehen jetzt mal da rein was was seid ihr? spinn oh ich wusste das oh ne hör auf hier nein okay okay das war's das reicht ganz ehrlich das reicht für meine Genugtuung das Maschinengewehr hat mir nichts gebracht also werden wir was anderes nehmen na komm na komm danke hui ach hier unten ist noch einer oh der kann sogar hochschießen das ist natürlich nicht gut da liegt noch mehr ist natürlich nicht gut wenn der da oben ist was haben wir denn hier? so schöne silver grünes Graut wunderbar haben wir noch mehr? hier blaues ach ach und den kann ich nicht aufnehmen wa? ja also werden wir mal in der Hoffnung oh du blöde Schi lauf nicht ran komm wir da oh pfeile ah da liegt da noch was ein Aufkleber ok hier du erwischt mich du Mistvieh ok dann haben wir es ja doch irgendwie geschafft da durchzukommen ok ich hab ne Ahnung soo damit wir wieder etwas Platz haben tadaa der ist aufgeklebt soo da wirken jetzt eigentlich wie ne Waffe drin ah dich ok ich denke mal hier brauchen wir schon starke Waffen cool cool schon haben wir einen Platz mehr finde ich gut das war nichts ok was ist das denn hier können wir da hoch hier kommen wir wow hier ist ein Loch mit 8 Ecken hier ist ein Warnhinweis Giftgas im Notfall das Ventil schließen ok ok wissen wir bescheid soo irgendwo müssen wir ja Strom an machen können die Frage ist bloß wo oh oh Hunde na komm na komm na wo seid ihr er kann nicht bei euch drin laufen na komm näher näher komm ich bin orange wenns euch mal auffällt ich wage mir das so zu durchlaufen ein item genau wir werden noch hier noch was brauchen wunderbar hier 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 noch soll denn das wow hier ist noch ein grünes kraut und noch ein grünes kraut also ganz ehrlich sollten wir nochmal irgendwo was aufheben kann mich hier dran gar nicht mehr erinnern was hat das zu bedeuten ein Hebel bewegen wir ihn mal wa ok ok super wir sind jetzt gut und ja da ist irgendwie noch ein Rad kriegt das nicht Munition weil sie schön waren nochmal grünes kraut yeah und weil's noch besser war mixen wir das und können nochmal aufnehmen kann ich nicht nehmen schade eigentlich also gehen wir wieder raus und ja was als nächstes auf jeden Fall kriegen wir noch ein Ventil die Frage ist bloß wann so jetzt können wir das ja machen ach brauchst du erstmal Strom wa wie keine Stromzufuhr ohne Strom kann ich denn nicht bedienen und nu? ah ne das war ja jetzt der hier und nu? nu und nu äh wir wollen coole frage wa da war ja nichts weiter auf jeden Fall werde ich eh eins machen ich werde ein paar Sachen hier loswerden also empfehlenswert ist es ich weiß ich muss hier aufpassen auf die Motten unbedingt nicht 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 aber klar oh ja nochmal weil's so schön war ja gleich ist sie vergiftet ja gleich ist sie vergiftet ja benutzen benutzen ich wusste es ich wusste es ich hab jetzt keinen Bock da raus zu gehen also werden wir hier versachlos werden damit wir ja denk mal die hier nicht brauchen wenn ich wüsste was für eine Gefahr auf uns noch zukommt würde ich sagen okay ok das ist ganz schön rar für mich das das und das ja irgendwo kriege ich Strom an aber die Frage ist bloß wo ich weiß es nämlich nicht mehr ich weiß es nämlich nicht mehr ich bin ein paar Sachen losgewonnen um halt wow diesmal haben sie mich nicht erwischt das ist nämlich sehr gut ich frage es wo konnte ich den Strom kann ja eigentlich nur hier sein mit diesen blöden Tönen aber ich werde es gleich hier rausfinden nee dass ich da irgendwas verpasst habe ich glaube ich habe den hier wieder zwar betätigt aber AAAAA seht ihr hier hatte ich den Gang mal früher gemacht dann wäre es gar nicht so fatal geworden so dann können wir nämlich jetzt auch so lang so aha endlich Licht ja dann können wir hier nämlich die Estelle betätigen mit Strom funktioniert das ja alles und mann eins nach dem anderen, wa? so ist das eine dass du vorwärts gehst wo kommst du an? ach da kommt andere an den Raum ok das heißt wir müssen jetzt wieder hier hin irgendwie irgendwie weil da ist irgendwas angekommen Feuer ok dann war es hier nicht wenn da jetzt so Feuer ist dann kommen wir da jetzt auch nicht mehr ran also müssen wir hier hin aber jetzt werden wir da erhalten das das würde mich jetzt auch nicht mehr so interessieren oh nein diese Mistfischer ey und die was hat er denn? gut was haben wir da? gibt das hier nicht mehr etwas weiß ich fest verschlossen ja toll wow das war knapp ich dachte hier gibt irgendwas aaaah eine Gasmaske kann ich die jetzt benutzen? ok eine Gasmaske gut nachdem wir jetzt die Gasmaske haben in einen Raum nicht weiter kommen weil da Flammen sind heißt das natürlich komm mal nur zurück ne? ja irgendwie schon also das heißt ich müsste jetzt nach oben ich denke mal das war da oben eine elektrische Tür gewesen aber wir gehen jetzt noch woanders rein woanders hin ich weiß nööö da seid ja zu doof ihr seid da ja genau So, aber bevor wir das hier machen, werden wir natürlich uns verabschieden, bleibt auf jeden Fall dran, hinterlasst einen Kommentar und ein Däumchen wäre natürlich auch vom Vorteil und wir sehen uns im nächsten Part, ciao!